Pronto, Salvatore! Na, willst du nicht meine Mama begrüßen? Ja, nö. Nicht? Wie? Also, dann sag mir, rot, gelb oder blau? Gelb. Gelb? Ja. Mama, keine Sorge, keine Sorge. Hey, jetzt mach ich. Willst du weitermachen, oder? Ja. Ja? Ja, ich mach weiter. Ja, okay. Mama, sei ruhig. Jetzt, äh, ja, der Hohn, der rupfe ich mir. So, schön aufgepasst dann. So, so, und so. Rot, so, Salublu? Rot. Rot? Ah, siehst du, Mama, bist du zufrieden? Und du? Bist du ein bisschen traurig, oder? Ja, es geht schon. Ja, es geht, aber ich nicht, und meine Mama freut sich schon. Ciao, wer der Nächste? Pronto? Aus Solingen. Wer? Aus Solingen, die Marion. Die Marion aus Solingen? Ja. Du hast gerade gesehen, was passiert ist. Ja. Sag guten Abend, meine Mutter. Ja, guten Abend, Mama. Ah, siehst du, Mama, hast du gehört? Rot. So, jetzt schön aufgepasst. Ich mache es dir ganz langsam jetzt, weil du so nett zu meiner Mutter warst. Rosso, giallo, blu? Rot. Rot. Äh, brava, brava. Mama, jetzt hast du gesehen. Darf ich? Ja. Willst du weitermachen? Ja, bitte. Va bene. Attenzione, Laura. So, jetzt haben wir den Salat. Rosso, giallo, blu? Gelb. 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 Oh, jetzt hast du mir um 100 Mark leichter gemacht. Bist du zufrieden? Na, ich mache noch einmal. Versuch. Mama, steck den Stock weg. Sie will mir auf die Finger hauen. Willst du trotzdem weitermachen? Ja, ich lebe mit dir, aber nicht mit mir. Ich bin der schwarze Schaff der Familie. Willst du weitermachen? Ja, einmal noch. Einmal noch. Äh, sie will mit mir so spielen. Was soll ich machen, Mama? Keine Sorge. So. Rosso, giallo, blu? Rot. Rot? Ah, schade, schade. Mama, hast du gesehen? War ich brav? Es ist nämlich hier auf blau war das. Äh, meine Mama ist zufrieden. Du wolltest zu viel. Ja. Meine Mama will nicht, dass ich verliere. Pronto, wieher der nächste? Ja, Olaf hier. Wer? Pronto. Olaf. Olaf? Ja, richtig. Olaf. Ja. 50 Mark auf dem Tisch. Jetzt hast du die Lektion gelernt. Offentlich, oder? Ja, ich hoffe. Du hofftest. Okay, dann schön aufgepasst.